Fuck, überall. Mecha rechts oben. Marker gegen mich. Mecha ist der Riesenfeder-Roboter. Nice, DC Hammer. Heiler Hammer. Nice, ist der super Vorfall. Wow, Mecha ist da hängen. Oh shit, ich bin fast dauernd. Oh fuck, wir haben es. Meri, komm, probier jetzt um die Bot, da kann ich heilen. Äh, gegen uns ein Spawn war er. Von vorne, von vorne kommt einer. Achtung, Trapper von links. Warte, da kommt einer. 60 Seconds are remaining. Ha, Kill ohne etwas zu machen, nice. Achtung, einer kommt. Achtung, äh, Ding, Richard. Bögel an der rechten Seite. Ich habe ihn angeschossen. Ich habe ihn angeschossen. Ah, irgendwo... Nein, ich kann wieder die Mitte. Halt, Spot, Mecha. Mecha hat die Heilung auf Spot. Mecha ist gut. Mercy. Nein, ich bin das Loch abgeholt. Scheisse, Josi. Ich habe ihn im Team Missier gewesen und es nicht checkt. Ah, wo ist das, wo ist das Paddy? Paddy, Paddy, lass ihn weg! Ja, ja. Paddy, du musst den Metro. Ja, jetzt nicht mehr. Du hast doch den, der fast durchgeschossen ist. Nice Kraft. Nein, das ist ein bisschen angry. Ja, wir müssen es jetzt auch noch killen. Ja, ja. Ah, sie sind gerade am innen. Also bitte, geht auf den scheiss Spot. Schaut auf den Spot, Josi. Ossi oder so, geht auf den Spot. Sie dürfen nicht innen, Josi. Sie gehen auf den Spot. Ah, sie dürfen einfach raufstehen. Ah, sie dürfen einfach raufstehen. Oh, mein Gott, mein Ding. Sie hätten doch mal raufstehen, und diese Zöge. Ja, Mann. Oh, Mann. Ja, wir müssen es nicht füren gehen. Die kommen jetzt gleich zu uns. Markiert, sie sind direkt oben. Ja, sie sind alle schon einfach nicht vorbei. Ah, nein, der Paddy ist das. Alter, es wird verdammt scheisse hier zum Kämpfen, Mann. Oh, Mann. Hier, fühlt sich für Deckung. Ah, shit. Ja, es gibt oben so zwei. Unter anderem der Reaper. Reaper, hinter dir. Achtung, hinter dir, Reaper. Oh, nein, das ist ein Ding. Ich habe ihn. Man. Hinter dir noch mal einen. Ah, fuck. Ich wurde gekillt. We have to stop them. Ja, also die... Also der Granatwerfer ist relativ krass. Weisst du, von was sie kommen? Ich weiss nicht. Ich habe ihn angeschossen. Du kannst ihn auch erinnern. Ich habe ihn angeschossen. Die fiesige Kill. Oh, fuck. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Der Reaper ist abgebot. Paddy, zu mir kommt der Reaper. Let's try that again. Jetzt hat der Falle da unten dran. Oh, die Traister ist mir voll dreigelaufen. Für Markersen. Sie sind hinter uns, neben uns, unter uns. Bats Headshot. Druck auf den Spot. Mitte. Tracer. Nicht zu weit weg ziehen. Achtung, es kommt noch mal ein Dings. Fett Roboter. Tracer. Headshot. Wir gehen. Achtung, Hingway, Tracer. Nie klinge dich. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Ah! 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 Fett ist der Arnic. Nie klinge die Runen, nicht. Sie hat noch nicht mehr Sniper. Sie hat nicht zurück, sie kann uns von der Seite flankieren. Wir dürfen nicht so weit fügen. No one can hide from my sight. Da ist der Sniper. Achtung! Oh, ich habe sein Ding kaputt gemacht. Oh, Teamkill! Nice! Was ist das dort vorne? Äh, sie kommen wieder alle. Sie hat noch gehofft, nicht zu weit raus, nicht zu weit raus. Sie können uns flankieren, schön. Ich weiss nicht, wo sie sind. Wo sind sie? Achtung! Buckle! Oh, er hat mich. Nicht zu weit, da hinten bei uns, hinten bei uns! Hinten Reaper! Hinten hinten links, oder was das auch immer das ist. Keine Ahnung, was sie sehen. Ho! Let's try that again. Achtung, sie sind im Spot! Achtung, ich mach heil! Oh, nice, man! Eins ist super, was da wäre, wieso sie nicht machen? Wieso ist da Verlängerung, man? Sie sind nicht da drin, was soll das? Nice! Ah, look, sie sind da brauche ich in den Zeck, lass uns tracen! Advise upon es? Nein, ich glaube es nicht. Also, da war hier Dribble kill, oder? Damn, damn, damn! Der vom Reaper. Ich kann schon wieder nichts machen, what the fuck? Ich sehe schon wieder nichts. Also... Also wieder raus, he? Ja. Lass raus, wenn die einfach kommt. Aktiviert neue Stings, wenn ihr es nicht habt. Nein, zahlt ja. Lootbox! Oh, zwei blaue Sachen. Oh cool, zwei scheisse blaue Sachen. Nein, nein. Oh, die Beta ist rausgekommen. Ih, ich nehme mal die Beta spielen mit mir. Das ist zwei Symphonien. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh, ich habe noch nichts Goldiges. Wie kannst du dir das einstellen, dass du während dem Ladescreen-Dings hast? Die Übungs-Arena. Äh, bei den Optionen... ...unter Gameplay. Äh, eben bis jetzt... Du kannst Übungsgefecht während des Wartens reintun. Äh, ich habe bis jetzt 175 Mods gestorben und habe 318 Kills. Ah, das ist ein positiver Kaden. Ja, ähm, Todes. Okay, jetzt suchen wir einen, der Solo-Cute. Ja, finde ich auch. Ja. Wenn man stiller stirbt auch mehr im Normalfall. Ja. Aber ich weiss gar nicht, ja. Der Heilen macht absolut keine Kills. Der Tag macht ab und zu mal Kills und stirbt. Was, Heilen macht absolut keine Kills? Wolltest du mich verarschen? Ich mache keinen Fall. Ja, wir sind gefährlich. Nein, nicht jeder natürlich, nicht jeder. Zum Beispiel Mercy hat praktisch gar keinen Schaden, den sie machen kann. Ja. Trost sind. Der hat die fette Bitch gespielt, wo er Tank ist. Die, 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 die ich jetzt auch genommen habe. Die sexy Lady aus Russland. Alter, die, die zoppelt. Achtung, Gorilla. Die Kampflesbe aus Russland. Bleib lautst du da. Oh, das ist ein Gagdick. What the fuck? Oh shit. Kampflesbe aus Russland. Ah, nein. Ah, das sind andere Spieler. Ach nein, wirklich? Vorher sind wir alleine. Ja, vorher sind wir alleine. Ja, vorher sind wir alleine. Hauptsache, ich habe schon zwei Kills. Das wäre nice. Was hast du für einen Dings? Der ist hier, oder was? Ich dachte, ich habe einen Double Jump hier, oder? Ah, gut, ich bin gerade runtergefallen. Das sollte er nicht dazu. Das sollte er nicht kumpen lassen. Oh, die Map ist geil für mich. Das sollte er sorgen, dass du mehr Damage absorbieren kannst. Ja, außer es ist eigentlich einer, der Dings genommen hat. Der war Afro-Typ. Und der kommt um so ein Ding, dass du schnell bist. Ah, ja. Jump, check. Luzio. Oh, was willst du? Ja, wir haben alles ausgefüllt. Das ist geil. Das ist geil. Jetzt kommt sicher... Jetzt nimmt dir ein Sniper. Wir spielen Angriff. Ah, nice. Oh, Pharo. Nice, Pharo. Nice, Pharo. Äh... Die ganze Double flogen ist vorher. Ja. Die ist auch noch recht gut, wenn man sie spielen kann. Ja, wir sind Angriff. Ja, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich gerne... Ja, wenn ich gerne um Rush... Also, sie sehen anders aus, aber es ist das gleiche. Wenn ich gerne um Rush ist, ist das Perfekte für mich. Ah, obwohl, nein. Bei den legendären Skins im Fall. Kann so sein... Wenn du gerne um Rush ist und den Gegner auf den Sack gehst, dann ist das Perfekte für dich. Ja. Es ist einfach schade, dass sie... Also, ja. Wenn man es selber spielt, wird man ein grösseres Fragens sein. Aber wenn man gegen sie spielt, ist man froh, dass wir uns in das Pleismagazin sind. Ja. Oh, kkk. Oh, fuck. Instant tot. Alte. Was ist das gewesen? Tschüss, Canny. Alter, ich bin vom Daystrip, vom Nachkämpfer, Kielfurt. Oh, fuck. Oh, ich gehe. Fick dir Arsch. Ja, der ist wunderschön. Ah, wir kämpfen gegen Mech. Wir kämpfen gegen Mech. Du bist zu weit vorne. Ich wollte nur probieren, zu kommen. Mech ist an. Ach, nach hinten kommt Sparrow. 3-4-D-Position. Hey, bist du... Ja, jetzt bist du gerade ein wenig zu weit weg. Daichi! Daichi! Oh, Mann, ich bin schon wieder tot. Kielf den scheiss Daichi, Mann, der ist super gut. Der ist da. Oh, Mann, die gute Daichi. Ja, fuck. Mal. Fuck. Was? Ja, ich hoffe, ich habe den Tag zurückgezogen. Ich habe die Tach zurückgezogen. Ich habe die Tach zurückgezogen. Oh, Genshi jetzt nicht. Du bist der Genshi. Genshi. In range of the objective. Format auf only. Ich überlege mir ob Nächte und Gagehi wechseln soll. Im Fall. PSA haben wir ab dem B. Ich überlege mir ob Nächte und Gagehi wechseln soll. Wenn man dort vorne aktiviert, dann aktiviert es meine Falle. Yes! Genshi hast du glaube ich vorher gesehen. Ich habe die ganze Zeit falsch gesehen. Oh fack. Achtung dann ist ein Heiler. Oh sch- was?! Genshi? Au fuck Achtung der ist hier! Oh nice man. E. super auf mich voll verschwendet im Fall. Hinter uns, Mensch! Alter hat gar keinen Kill gemacht mit Chim... Oh fack. Ich habe den Mech! Ich habe den Mech völlig ausgeholt, als er alle Spürgerinnen und Spürgerin gespielt. Das ist super, der ist auf dem Punkt. Der ist kaputt. Ich nehme mal den geilsten. So, alle hier rein, alle hier rein. Der ist auf dem Punkt. Warte.